Willkommen zu FIFT. Hallo. Folge... Folge 60. Julia ist übrigens wieder zu hören. Ja, das ist ganz wichtig zu erzählen. So, auf drei. Eins, nein. Eins, zwei, drei. So. Ich hab die Seraph mit komplett mir noch was zu bringen gemacht. Ja, das ist mir jetzt sowas von egal. Lecke mich. Nee, lieber nicht. Och. Och, mannö. Och, mannö. Gestern war Ball. Schön, ist mir egal. Haha, hat sich gereimt. Das wird mir kosten Stahl. Ah. Oh, mann, hat der denn überhaupt eine Wahl? Och. So, ich hoffe mal, die Flasche explodiert jetzt nicht. Ich trinke jetzt mein Energydrink wie Nick nocturnal. Uh. Oh Gott. So. Julia, bist du auch... Also ganz ehrlich, Julia, ne? Du redest so gut wie nie. Gut, siehst du auch. Ja? Ähm. Und sagt es jetzt auch nicht mal was, ja? Ich warte auf die Pointe. Da kommt keine Pointe. Das war jetzt ernsthaft gemeinte Kritik, Kritik bezüglich deiner Anwesenheit ohne Sprache. C. Kritik mit C, Mann. Mit C. Und jetzt. Kritik. So, ich lande in der Fabrik. Taktik. Äh, nicht in der Fabrik, sondern in der Fabrik. Fabrik. Haha. Wie geht denn eure scheiß Zone? Ich frag euch jedes Mal, wie die Zone geht. Äh, quer durch die Map. Stimmt, hast du wirklich nicht. Du hast nix gesagt. Wer durch die Map oben, zwischen Anwesen, Talsperre, durch Skistand, durch Fracht-Docs durch. Oh, genau. Bei mir auch gewesen. Ach, nö. Ne, durch Fracht-Docs? Ne, doch nicht. Genau andersrum. Sorry. Hab mich, hab mich verguckt gehabt. Und Leuchtturm ist auch noch ein Stück. Ne, das war bei mir nicht der Fall. Ich glaub, die haben das mit den Servern ein bisschen gefixt. Oder das waren einfach zu dem Zeitpunkt nicht so viele Server aktiv. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, wie es hier gar nicht gehandelt wird. So, das heißt, jetzt hört ihr auch mal wieder das komplette Chaos. Wir sind... Ach ja, Leute. Wir springen drei Sekunden raus. 1, 2, 3, Zugriff. Ihr wisst schon, wir spielen Pip. Habt ihr auch alle eure Zettel dabei? Ne, habt ihr nicht. War ja gar nicht. Ne, natürlich nicht. Die haben wir alle im Arsch. So, ihr wisst, dass ich was sage, bitte. Ich sage was. Na, endlich mal. So. Ey, hier oben ist keine Waffe. Keine Waffe? Das hattet ihr vorhin schon gesagt, dass die... Ach, Mann. Hier ist keine Waffe. Hier ist keine Waffe. Man, fuck you. Oh, ne Mosu, Mann. Was will ich denn damit? Na, Kills machen. Man, schießen, du Stück Scheiße. Ne, die braue ich nicht mehr. Ja. Ja, und soweit du nichts anderes hast, ist doch in Ordnung. Oh, ne Gordet, Mann. Ja, die Gordet habe ich gerade eben auch gefunden. Das ist unheimlich. Scheiße, ich muss jetzt auch mal selber mal gucken, was mir noch so schönes fehlt. Ähm. Bop, 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 bop. Da. Mir fehlt die Auge. Und die ganzen Snipen. Die ganzen einfach fehlen mir auch. Ja, mir fehlt tatsächlich nicht mehr so viel. Ja, wie war deine Zorn? Äh. Gute Frage. Nächste Frage. Keine Ahnung. Jetzt. Sag mal, was in deinem Killfeed der nächste Kill ist, der aufploppt. Elina, was auch immer. Und ich bin tot. Scheiße. Du bist gar nicht gesehen, ey. 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 Und nein, du standst nicht oben da. Gut. Fabrik ist halt immer ein bisschen seltsam. Ist halt so real. Ist halt so real. Ah, wow. Jut, ihr levelt mal ein paar Staffel, dass die als 75 Staffel rekt bin. Ja, man merkt aber tatsächlich schon deutlich einen Unterschied. Deutlich. Ach, hier hoffentlich fixen die das noch mit dem Leveln. Hä, so mit dem Doppelten ist doch viel, ist doch, ist doch sehr, sehr gut. Ja, wow. Das doppelte XP ist aber bald wieder vorbei. Und wenn jetzt so lahmartig wie nix. Ne, muss ja nicht sein. Die können ja auch sagen, okay, gut. Das ist gut angekommen. Wir wollen, dass die Community ein bisschen netter zu uns ist. Also lass sowas so. Apropos Community, ich bin da mal überlegen, wieder in Rainbow einzusteigen. Ich tatsächlich auch. Ähm, aber auch nur, weil ich, äh, sonst keinerlei, ähm, Projekte habe. Vielleicht, äh, ist ja mittlerweile schon wieder Rainbow auf dem Kanal hier. Aber die neue Map kommt halt bald. Und ich hab die Operation, die jetzt war, gar nicht gespielt. So wirklich null eigentlich. Also Maverick und die, ähm. Ich weiß nicht. Ach, Claire schießt die schwarze, genau. Die habe ich halt ein bisschen gespielt, aber... Nicht ja auch nicht. Ah, die ist... Also Maverick ist ziemlich gut. Ich hab auch... Ich hab auch... Maestro und Alibi nicht viel gespielt. Ja, das... Ja, das... Ein paar Runden in der... In der Maestro Alibi-Season und dann war vorbei. Es ist halt auch die Frage, ob ich mir dann halt den dritten Season-Pass holen oder nicht. Ich glaub eher nicht. Also Jahrespass. Ich bin mir... Ich bin mir da echt unsicher. Wenn mir Rainbow wieder Spaß macht... Das ist halt das Problem gewesen. Ach man, Jet sehr ruhig. Das Problem war halt, ähm, dass die ganzen Lobbys voll waren mit Teamkiller. Selbst in Ranked. Selbst in fucking Ranked, Alter. Wo ich mir denke... Warum? Warum gibt's Teamkiller in so'n großen Modus? Also das mit dem Teamkid soll ja nicht mehr so schlimm sein. Ja, das hoffe ich doch. Weil das hat mich halt dazu verleiht... Das ist eins, was halt immer noch nervig ist, ist die toxische Scheiße, da... Die Community so'n bisschen an sich hat. Ja, das ist aber bei jeder großen Community leider so. Das ist im COD auch nicht anders. Ja. Aber da ist auch Teamplay nicht so das Wichtige. Hier halt schon. Gut, das ist auch ein Teamkilln. Ich will ne Waffe! Ich bin in diesem dreckigen Zombie-Teil und finde keine Waffe. Störb! Mann! Verpisst euch, ihr Dreck-Zombies! So, das ist schläge... Ich hätte hier nicht landen sollen. Uäh! Was Problem ist, ich bin hier gelandet. Finde aber keine Waffe, die ich noch brauche. Das wird halt jetzt... Etwas langweilig werden für die Leute. Oh, was ist das da unten? Ist das ne AOG? Ne, es ist ne... Abre. Die Abre, die wollen... hier im Asylum gelandet. Sei froh! Ne, brauche ich nicht mehr. Fuck! Ich brauche LMGs auch noch! Oh, das ist bitter! Aber... Gary, hab ich schon... Julia, bist du gemutet, oder? Mhm. Ich bin auf der Jagd. Ich bin auf der Porsche. Ah, okay, alles klar. Oh, Alter! Oh! Ja, ne, ist klar. Was war das? Wenn man... Wenn man... Zambi Chars kann man freischalten, indem man von... bestimmte Drops kriegt. Von Zombies oder von Pestfätern, oder? Ja. Richtig. Ich hab grad einen Feier, ey. Das hab ich nicht mitbekommen gehabt. Na, ich bin tatsächlich komplett alleine im Asylum gelandet. Also, ich bin down. Ich schlaf jetzt die Zeitrunde. Außer mit ein paar Zombies, aber... Das ist ja normal, dass die Zombies im Asylum sind. Richtig. Au, wie vor... Was? Ey, das ist ja un... Ne, das guck ich mir kurz an. So, Leute, das muss ich mir kurz angucken. Das ist absoluter Bullshit. Ich hab überall dahin geschossen. Der war da nicht. Was hat er gemacht? Ja, das komplette Asylum für sich allein ist schon gut zum Looten. Ja, der letzte Schuss hat gar nicht getroffen, aber ist okay. Die letzte Seilwart angeblich. Ach, Mann. Das ist doch wieder Bullshit. Das liegt ja wieder bestimmt... Ach, egal. Ne. Ich rück mich nicht mehr auf. Ne, wieder. Ne, gar keine Lust mehr. So. Das bringt auch nix. Ich glaub, ich sollte auch ein Zombie gegen den Landen. Ich baue noch Zombie-Waffen. Ah, ich bin eine Stufe gestiegen mit meinem Battle Pass. I darf... Warte mal, den Zombie habe ich da gar nicht gekehlt, oder? Ach so. So, meine zweite Runde startet jetzt. Habt ihr alle eure zweite Runde? Ja, meine startet jetzt auch. Okay. Hä, was kann man denn so schönes reden? Ich hoffe mal, ihr kommt jetzt... Oh, das ist eine Scheißzone, ey. Die Folge hier kommt, müsste ungefähr DLC von Spider-Man... das zweite DLC da sein. Weiß man jetzt schon, was es ist? Nur einen Namen. Ja, gut. Turf Wars war klar. Das dritte weiß man ja auch. Silver Lining. Weiß man ja schon. Schade. Also, mehr ist noch nicht bekannt bis jetzt. Außer, dass man wahrscheinlich gegen Hammerheads Bande... Also, dass man gegen Hammerhead kämpft. Höchstwahrscheinlich. Also, sozusagen eine Fortsetzung zum Black Cat DLC. Ich glaube, es ist alles ein Strick, tatsächlich. Alles eine Kampagne. Ich denke mal, ich werde hoppen mit dem DLC kaufen, bis alles draußen ist. Weil ja, das Black Cat DLC diesen riesigen... Ja, klar. Weil dieses Black Cat DLC diesen riesigen Cliffhanger hatte und... Mhm, genau. Das nächste DLC wird genau so einen Cliffhanger, schätze ich mal, haben. Und deswegen... Ja. Dann lieber alles dreist als abgeschlossene Story spielen, als... Dann mit dem Cliffhanger eben noch einen Monat zu warten. Ja, einen Monat geht aber noch. Also Ende Dezember ist es ja. Dann... Das ist halt das Gute daran. Es dauert halt nur einen Monat und nicht gleich, äh... Keine Ahnung, drei Monate, bis dann das nächste DLC kommt. Aber dafür sind die auch nicht groß genug. So, ich glaube, ich lund... Ich lund mal, ja. Ich lunde mal, alles klar. Ja. Ich lande mal... Hier. Wow, ich habe zwei Waffen dabei, mit denen ich keine Kills mehr brauche. Ich habe keine Waffe gefunden, mit denen ich noch einen Kill brauche. Ja, denkst du, ich finde irgendwelche Waffen, mit denen ich Kills brauche? Nein. Ja, ich war im Zombie-Gebiet und habe keine Zombie-Waffe gefunden. Da lag keine einzige Zombie-Waffe rum. Die sind auch tatsächlich, glaube ich, seltener geworden mit dem letzten Update. Glaube ich. Also die Raygun, wenn ich die finden sollte, nehme ich die auf jeden Fall mit, weil die ist halt wirklich selten geworden, wenn man gegen Zombies kämpft. Das liegt halt auch wahrscheinlich daran. Nee, fuck, das ist falsch. Das ist falsch. Och, nö. Ich bin ein zu viel ge... Ich bin ein zu viel gelandet. Ach, Mann, ey. Statt ein Zombie-Gebiet bin ich jetzt hier irgendwo an der Tanke gelandet. Äh, da ist er zum Kotzen. Oh, was ist das hier? Oh, ne Hades! Uh! Die brauche ich noch. Ja, LMGs brauche ich zum Beispiel noch. Ja, ja, ich ja auch. Deswegen freue ich mich aber dazu. Vapor killt bloß, dass ich die Vapor nicht brauche. Hm. Levitt dennoch den Paar, also Levitt dich halt dennoch. Und weiter. So, ich hoffe, dass die Hades nicht die einzige ist, die ich schon hab. Es ist die einzige, die ich schon fertig hab! Och, nö! Mann! Ey, ich glaub, ich werd weg, ey, ganz ehrlich. Das ist doch Beschiss! Das einzige verf... So, hier war ein Gegner, der ist jetzt mal schön tot. Das einzige verfickte LMG... Ey, ne! Und bei der Zombie-Gegend, die ich grad gesehen hab. Nö, das ist doch ein Scherz. Da ist auch noch der Strahl, das heißt, da sind Zombies. Och, ne, ich muss da hin. Nochmal Wachsamkeit, nochmal... Alter, ich... Ich hab dreimal Wachsamkeit im Winter, WTF. Und weg ist er. Weil ich dachte, du bist jetzt wieder gestorben. Nein. Der hat ein Boot weggefahren, der wohnen soll. Keine Bödenwörter. Ach, guck mal, es gibt mehrere Zombie-Locations gleichzeitig, oder was? Wusste ich gar nicht. Ja, das ist bei mir aber auch so. Jetzt Asylum waren eben Zombies und jetzt sind hier, äh... Ne, also es ist nicht Rivertown. Es ist die andere kleine Stadt bei der Brücke. Zwischen Turbine und Fracking. Und jetzt auch Zombies. Ja, ja, genau. Die, die, ja. Man nennt's auch... Ja, ist ein Teil aus Shadows of Evil, glaube ich. Deswegen nenn ich's eigentlich immer... SOE. Einfach. So. Keiner hat sich hier um die Zombies gekümmert, das ist gut. Das ist so... Ach, ja. Ich mach jetzt in der Stadt so. Kannste auch gar nicht mit deinen Sprachfehler in der Hose. Äh, was... Habe ich alles hier schon. Ach, nee. Ach, nee. Ach, hier ist die S-Hex auch noch. Alter Vater. Zwei Waffeln. Also gibt's die doch in Zombies. Gut. Klar gibt's die in Zombies. Im Blackout. Ja, klar gibt's die in Blackout. Ja, klar gibt's die. Ja, und ne Multiplayer. Klar gibt's die. Klar gibt's die Multiplayer. Hä, nee, aber das ist so... Hä? Wir wussten doch nicht, ob's alle Waffen gibt. Doch, die S-Hex schon. Die hab ich in der ersten und hab ich schon gesagt, ja, äh, hier hab ich. Wir wissen nicht, ob's die MP40 gibt und die Galil. Das wissen wir nicht. Weil die sehe ich halt so gut wie nicht. Aber die S-Hex. Ich hab doch mal irgendwas, was ich brauche. Was halt ganz geil ist, dass die Zombies auch ähm... Nee, wir haben... Ganz viel Totenstille. Du willst gar nicht mehr. Doch, Mann! Deinen Kill wenigstens. Und der Nona mit ner Waffe, die ich schon hatte. Das war mal in zweiter Runde, oder? Ja, war's. Ja, mach ich mal kurz weg. Dschungel-Outfit für... Profit. Ja, ist klar. Passt ja wirklich. Aha! Oh, endlich ist das scheiß Ding offen. Kann ich jetzt die S-Hex mitnehmen hier? Wo ist er? Da ist er. Stufe 3, Corded Taktik Waffe will ich. Obwohl, das ist die Goldene. Äh... Habe ich die Goldene Corded schon? Bitte sag nein. Habe ich nicht, tatsächlich. Ja, dann nehme ich die statt der S-Hex mit. Gut. Hab ne Goldene Waffe im Winter. Perfekt. Und nicht vergessen, Leute, ne? Goldene Waffen dürfen nicht, äh... Gedingst werden. Mit Aufsätzen getauscht werden. Julia? Hm. Ich rede mit dir. Du bist die einzige, die noch hier ist. Die noch lebt. Ich dachte, du redest mit deinen Zuschauern. Sorry. Mit wem? Mit deinen Zuschauern, die sozusagen später, äh... Achso, nein, nein, nein. Ne, ich meinte jetzt dich. Dass du mit den Goldenen waschen darf. Dass man das ja nicht vergisst. Also du lebst doch, ne? Ja. Höchstwahrscheinlich. Gut, gut. Dann versuche ich mir doch die mal mit der... Goldenen Corded was zu reißen. Oh, hinter mir, die Fotze. Ich hab auch keinen Gegner, ey. Das Einziges, was ich höre, ist grad die Feuerwehr draußen. Dass er auch vorbei ist. Ja, da bin ich wieder. Ja, leider. Bist du tot? Ja. Sascha auch? Nope. Nein. Okay. Ich hab grad ne goldene Corded gefunden, die will ich... Das ist nämlich perfekt. Also, dass du noch nicht tot bist. Wieso hast du jetzt Essen bestellt? Naja. Und in der Runde dann nachher, wenn's klingelt, wegzugehen wäre vielleicht scheiße. Ja, ist aber immer noch mal... Ist aber schon mal ne zweite Runde. Lange muss ich nicht unbedingt überleben. Ja, dann müssen wir halt danach kurz... Zehn Minuten warten. Also, wenn wir nicht zu lange warten müssen zwischen den Folgen... Ah, scheiß, ich darf gar nicht. Oder... Oder während der Folge. Da ist ein Gegner! Oh mein Gott, ich seh'n Gegner. Goldene Corded. Du machst das. Vielleicht mach das mit der... Ich hab aber auch geschossen wie der letzte Papst, alter. Och, nö. Du wirst doch tot. Ich hab den getroffen und bin, danach... da hab ich nichts mehr getroffen. Alex Papst? Ach inan. Mann, das war eine Nullerrunde. Habt ihr überhaupt irgendwelche Kills gemacht? Mit einer Waffe, die ich nicht mehr brauchte, ja. Nein, das habe ich auch gemacht. Ich rede jetzt von Waffen, die ihr noch braucht. Nein. Okay, Julia sagt nichts, wie immer. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Hau drin und tschüss. Tschüss.